Hallihallo meine lieben Mumis, willkommen zu einem weiteren Video von CTR. So, ab zur nächsten Strecke und dann sammeln wir das dritte CTR in Folge ein. Und natürlich werden wir da auch erst, ne, dann geben wir nicht auf. Wie gesagt, dann machen wir nochmal das Rennen. Aber wir müssen jetzt wieder einbringen haben, ne. Ja, alles cool. Wir machen die so durch, wie wir die ersten Rennen gemacht haben. Und danach machen wir die Zeitkisten. Auf unsere Art natürlich, ne. Natürlich grüße ich euch alle recht herzlich, meine Mumis. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und dann schauen wir jetzt mal, ne. Hoffentlich wird es direkt beim ersten Mal wieder packen. Aber ich denke doch, ich bin ein guter Dinge. Wie ihr es schaffen habt. Immer positiv denken. Booster den Turbo. Jetzt haben wir schon so ein bisschen drauf. Ich meine, es gibt echt kranke Leute, die das voll suchten und richtig mega drauf haben. Gerade so ein Speedrun, ne. Da muss man das ja halt machen. Und da war schon ein Buchstab, meine Mumis. Schauen wir mal, ob man das schaffen hat. Komm, Platzer. Ich bin ein Homie. Da habe ich Scheiße gebaut. Manchmal verdrück ich mich auch. Ich bin lieber Mario. Da ist noch kein Licht, gerade. Jetzt sind wir überrascht. Ich bin mal wie noch nicht. Habt ihr gesehen? Da gibt es noch was zu. Okay, wo bist du? Da ist es. Da ist es. Okay. Da haben wir alle Buchstaben entdeckt. Das ist sehr, sehr schön. Google, Google. So, und dann sucht mein Ziel um. Bis wir diesmal am C dran bekommen. Bis wir da drüber springen. Konzentration. Da kann man ruhig mit dem Feuerball rauskommen. Wohl. Aber mein Mumis. So. So. Wir haben eine Runde danach. Dann haben wir es hinterher. Sehr, 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 sehr gut. Sehr schön. Das läuft kurz. Das läuft. Die werden immer besser. Bald haben wir mal eine Folge raus. Auf Twitch-Money-Moments. Und so, die vielleicht mit meinen Homies. Mit meinen Homies-Homies. Die zwei habe ich schon gespielt. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Ja, freu dich schon drauf. Der Online-Modus macht auf jeden Fall Aula. Klar sind da immer irgendwelche, die besser sind als wir. Aber so ist das halt, ne? Man muss doch verlieren können. Jede Niederlage macht einen nur stärker. Juhu. Sehr schön, mein Niederlust. Ach, Türfen. Oh, stimmt. Nicht drauf gar nicht. Nicht drauf gar nicht. Ach, ich war ihm treu, mein Niederlust. Was bescheuert. Aber es ist halt, ne? Oh, ist der Fall. Juhu. Yeah. Haben wir. Ja. Tick, Tick, R. Yeah. Puh. 40 Token. Ja, damit. Mit geschickt. Können wir nicht genug von haben. Willst du mal auf den Boxen-Shop gehen? Boxen-Stop oder Boxen-Shop? Nein, Boxen-Stop. Da könnt ihr euch schöne Skins und sowas kaufen. Das sind immer tägliche Angebote. Deswegen suchtet den Online-Modus und verdient eure Thaler. Oder eher gesagt, die Wumpa-München. Eine Rutschpartie. Auf jeden Fall. Ja. Sehr nice. Na, haben wir es. Das hat der 5 Sterne gekocht. Wunderbar, mein Modus. Wir haben es geschafft. Beim Springen ist ein Luftzeitturbo möglich. Je länger du oben bist, desto größer der Turbo bei der Landung. Hol dir große Turbos durch mehr Luftzeit, indem du mit Hüpfen von Rampen abspringst. Sehr nice. Meine lieben Umis, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen, meine lieben Umis. Tschüss.